Heute bin ich an einem Wack in Chapter 2 Remix gestorben. Schaut euch das ganze Video an, es ist mega unterhaltsam, ne? Die Season rockt und natürlich bald wird es noch größer. Geile Geschichte, aber es gibt einen Wack, der uns alle an die Grenzen bringt. Ich muss sagen, Schechechen immer mehr als alles andere. Oh, lila Spaß. Wieso genau? Aus erster Kiste. Chaliska ist in einigen Situationen sehr präzise, aber in einigen Situationen auch sehr unpräzise, ne? So, let's go. Doch, die sind im Tresor. Der erste Snock. Die sind alle noch im Tresor. Hä? Oh mein Gott, das ist nicht nur einer. Oh mein Gott, haben die auseinandergenommen. Let's go, äh. Rift, Tramping, Fields und Aufgegner. Miau, miau, miau. Alter, alter, was ist jetzt? Ich hab nen Bug. Oh mein Gott. Ich bin Bug. Den hat der Acht, guck der ist noch auf. Acht mal da oben. Ey, nee. Warum hab ich den? Nein. Ich kann mich nicht mehr normal bewegen. Nein. Ich bin jetzt im Bug. Ich kann, ich kann nicht mal aimen. Ich bin im Bug. Der A ist nicht schlecht. So, jetzt. Ich bin jetzt im Tatsen. Ich kann nicht mal aimen mit dem Bug. Was ist das denn? Ist das so ein Funny-Bug oder? Nee, das beeinträchtigt richtiges Spielen. Oh mein Gott. Ich hätte doch Spaß. Ja, wir haben noch einen Potsen. Das weiß ich. Das kannst du nicht. Digga, ich sterbe wegen dem Bug. Ach komm, es ist doch wirklich. Also was soll denn das, Mann? Oh crap, ist der Bug belastend. Digga, warum wirst du so weit weggekickt? Das ist doch echt. Ey, mein letztes Gegner, das kann ich wohl nicht. Ja, ich bin so am Backen. Ich schaue jetzt in ein Beamer, was du meinst. Und so. Hier geht's, auf geraden Flächen geht das ja. Ach so, doch, jetzt sehe ich den Bug. Oh ja, ja, ja. Weißt du, oder du kannst... Ja, das ist schon... So. Oh, voll, ich ne Heavy. Diese Musik. Ob ein 3D Lobby wär richtig geil gewesen. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Oh fuck. Ich mag sicher ein Teil. Ich hab's schon in einem Video gehört. So bist du nicht geil. Der kriegt Heavy Snipers auf. Bam! Oh, doch nicht. Ich bin Rollshot, er kommt. Oh, crazy. Die Pistole ist so stark. Wow! Was tut das? Hit. Mein Name ist da vor, ich hate you again. Ein YouTuber ist da. Oh Gott. Was ist der Rocket Launcher? Damn. Der Boombo kacke. Einer knocked. Oh, mein Aim. Was haben die denn? Die haben Snoop. Oh, mein Aim ist. Mein Aim ist so kacke. Der eine hat, äh, das Tier, äh, die Faschen. Ich krieg mal diesen Snoop dort, wenn er... 3-net. Am T-Da wieder. Dürfte ich vielleicht gleich die Glam-Gamme oder sonst ne Bock haben, weil ich bin richtig gut damit. Harry. Pass auf, da oben ist einer. Komm, ich fliege mir durch mal. Ey, halt ab. Oh, der hier. Ah, dead. Nice. Normal, sir. 100. Nein, normal ist wirklich einfach. Der legt sich mit dem Fall, wenn man den Gegner. Bis zum 27. 20. Die Drumgun ist so ein Banger, ich sag's euch, Freunde. Ich find den Boombo auch gar nicht mal so krass, ey. Ne, ich find der Beste ist Drumgun und dann AR, oder AR und dann Drumgun 1 von beiden. Nie, bin ich euch ganz ehrlich. Außer auch, wenn du das mittlere Range hast. Die wackelt auch so komisch von vielen. Ne, ja. Die fasziniert auch. Nobilt ist halt einfach so geil. Oh, Leute, hier ist ein, hier ist ein Zwerg, gibt's ja auf ganz vielen verschiedenen Orten der Map. Ähm, einmal bei Holi hier zum Beispiel. Einmal einsammeln, da drin. Alter, wie fahren wir denn? Seht ihr das? So, wenn die. Let's raus hier. Die letzten, die letzten 2 Gegner sind. Ne. Ja, die letzten. Der kriegt ein, pass auf, der kriegt ein Backshot-Snipe. Oh mein Gott, die konnte ich den nicht hin. 100. Einer low. Der Mysterio oder einabliegen. Und ich probiere den jetzt zu holen, das sehe ich dann sehe ich nicht. Hat gerade mal eine TNT hier eingeholt. Kann ich mich stielen? Ja. Oh. Tschüss. Ich bin selbst auch gespannt. Tschüss. Nice Runde.